Ach Gott, ach Gott, ach Gott, wir haben's nicht gewusst, nicht gewusst, was Krieg vor einer Plage, was Krieg vor einer Plage, vor einer Plage ist. Nun erfahren wir es leider allzu sehr, leider, leider allzu sehr, dass Krieg eine Plage über alle Plagen ist, über alle Plagen ist. Denn da geht gut weg, da geht gut weg, da geht flot weg, da geht alles weg, alles weg. Da muss man sein Brot mit Sorge, mehlende Essen, da muss man sein Wasser mit Beben trinken, da hört man nichts als auf allen, allen Straßen. Wie, wie, ach, ach, wie sind wir so verterbend. O Gott des Friedens, O Gott des Friedens, Geh uns doch wieder deinen himmlischen Frieden, deinen himmlischen Frieden. Lass Kirchen und Schulen, Kirchen und Schulen, nicht zerstören. Lass den Gottesdienst und guten Ordnung nicht vertigern. Hilf uns, hilf uns, hilf uns mit deinem ausgestreckten Haar. Beschere uns ein Herd, ein Dammelbleib. Ein Händen, darin wir uns aufhalten, ein Räumein, da wir sicher sein und deinen Namen dieren können. Das wir in Frieden, deinen Tempel suchen, in Friede dich loben und preisen. Lass den Gottesdienst und einen alten поставit. Lass längst den Gottesdienst und eine Kulturmöglich härten Sie, Untertitelung des ZDF, 2020